Nach Elisa Lohmann und Vedrana Jaksetic dürfen wir uns nun freuen, liebe Fans, euch den nächsten Knaller bekannt zu geben. Unsere ungarische Nummer 16, Agniesz Palak, hat ihren Vertrag vorzeitig verlängert und wird unserem Klub ein weiteres Jahr treu bleiben. Danke für dein Vertrauen, liebe Agniesz. Ja, ich weiß Agniesz für eine lange Zeit, und ich weiß sehr gut ihre Qualität, und ich bin sehr froh, dass sie hier in der Bundesliga können. Und natürlich bin ich sehr froh, dass unsere Regierungschein mit ihr glücklich ist, weil ich hierzu geholfen habe, so war meine Verantwortung, wie sie spielen kann. Aber ich bin sehr froh, dass sie in einem guten Level spielen können. Also, wie du schon erwähnt hast, ist es eine wichtige Rolle für die nächsten Saison. Also hoffe ich, dass wir diese erfolgreichste Weise weitergehen können. Ja, ich bin sehr froh, dass der Klub ist, dass meine Leistung und meine Leistung ist, und es ist immer sehr froh, wenn der Klub möchte, dass sie mit einem Spieler weitergehen können. Ich glaube, dass wir etwas in dieser Saison haben, und es wäre sehr froh, wenn ich nicht mit dem Klub weitergehen würde. Also, ich bin sehr froh, dass wir die nächsten Saison sehen können, was wir machen können. So, ich bin sehr froh, dass wir die nächsten Saison sehen können, was wir machen können. Hanuli! Kann cumpliert werden? Ja! Emily Fl........ Shit! assemble! Hallo! Ring! Rain!